Stahl entsteht. Ein Werkstoff, der überall dort zum Einsatz kommt, wo höchste Präzision und Haltbarkeit gefordert sind. Automobilindustrie, Maschinenbau, Befestigungstechnik, Apparate aller Art. Armaturen, alles undenkbar ohne Stahl. Was im Stahlwerk entsteht, ist aber nur ein Rohstoff, der noch veredelt werden muss. Das geschieht hier in Bietigheim, vor den Toren Stuttgarts, bei Bessay. Die Bessay Präzisionsstahl GmbH ist der führende deutsche Anbieter von Blank- und Edelstellen und das schon seit 1889, als die Blankstahlzieherei Bessay in Stuttgart gegründet wurde. Eingebunden in die weltweit operierende Bessay-Gruppe mit über 300 Mitarbeitern sieht sich die Bessay Präzisionsstahl gut gerüstet für die zukünftigen Herausforderungen. Ein Leben mit Stahl. Das gilt nicht nur für das Unternehmen Bessay, sondern auch für die hochqualifizierten Mitarbeiter, die in diesen Hallen die Produktion von Präzisionsstahl übernehmen. Die Veredelung von Stahl erfordert nicht nur höchst präzise Anlagen, sondern auch ein hohes Maß an Erfahrung. Langjährige Mitarbeiter stehen für einen Qualitätsmaßstab, der in der Stahlbranche seinesgleichen sucht. Die Coils aus dem Stahlwerk werden auf den Bessay-Produktionsanlagen zu blankem Präzisionsstahl. Im geforderten Profil und mit den entscheidenden physikalischen Eigenschaften versehen, die vom Kunden gefordert werden. Der Stahl wird gezogen, geschält und geschliffen. Durchmesser bis zu 100 Millimeter und Stablängen bis zu 7 Meter sind möglich. Die hochpräzisen Ziehloch-Werkzeuge werden bei Bessay selbst gefertigt. Dies und die Erfahrung langjähriger Mitarbeiter kann sicherstellen, dass die extremen Anforderungen an diese Werkzeuge erfüllt und die hohe Flexibilität der Produktion gewährleistet werden kann. Modernste Prüfanlagen sichern die hohe Qualität der gesamten Produktpalette. Gleich mehrere Verfahren kommen zum Einsatz. Ultraschall, Ferrofluxen, Wirbelstromrissprüfung und die neue Faced Array-Technik. Doch die Zerreißprobe steht noch bevor. Kein Stahl geht zum Kunden, bevor er nicht im eigenen Werkslabor verschiedene Tests durchlaufen hat. Unbestechlich erfasst die Prüfsoftware, ob vorgegebene Normen und die vielfältigen Qualitätsanforderungen der Kunden eingehalten werden. Die Ergebnisse werden protokolliert und zusammen mit Materialproben archiviert. Es wird nur Stahl ausgeliefert, der alle Anforderungen erfüllt. Die Einlagerung von kundenspezifischen Materialien und ein umfangreiches Standardprogramm sichern eine zügige und flexible Belieferung unserer Kunden. Technologisches und metallurgisches Know-how führt zu überzeugenden Lösungen auch für anspruchsvollste Anwendungsfälle. Von Anfang an. Bessai. Kompetenz in Stahl. 5� know-how. Ansonsten Zaboms. Ansonsten. Abisai. Ansonsten. fini. Ansonsten. Ansonsten. Abisai.